Alarm. Registrierer Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ui, Weintrauben. Ein Scheitern dieses Auftrags. Nein. Ich hatte großes. Gut. Da ist überall nix drin. Ah, die beiden kommen noch. Achtung, Produktionsstillstand. So. Fahrzeug fertiggestellt. Welches ist jetzt das Schiff, was noch was aufgesammelt hat? So. Dies brauchen wir nochmal schnell nicht. Gut. Hm. Kommunikatoren werden weniger. Dann baue ich einfach schnell. Dann baue ich einfach schnell ein... so'n Ding hier nochmal da hin. Alarm. Registrierer Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ui, das ist dick. Wow, das haut ordentlich Schaden rein. Fahrzeug im Kampf zerstört. Äh, das da. Das wollte ich das falsche Schiff bauen. So. Äh, ne, falsch. Wieder dahin. Und ihr sammelt das ein. Was da immer für ein Müll dabei hat. So, einmal reparieren, bitte. Registriere neues Fahrzeug. Gut, dann sammelst du doch das da auch auf. Gut, weil jetzt kommt die... welche Frage... Das war die, okay. Ist denn jetzt... Jedes Schiff mit... Okay, jedes Schiff hat noch ein Ding. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwie was machen können. Lasst ihn rauskommen. Wart mal das angreifen. Alarm. Ende der Vereinbarung. Oder langsam auch Zeit. So. Dann geh mal reparieren. Fahrzeug unter Beschuss. Er hat sich eh nicht an die Vereinbarung gehalten. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ja, aber das machst du nicht mehr lang. Alarm. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Weil du bist jetzt tot. So. Mein Kommandoschiff ist voran gesunken. Das stationieren wir mal kurz dort. Die 3 kommt wieder mit raus. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das mal hier wieder was weg machen. Registriere neues Fahrzeug. Kommandoschiff auf die 1. Die Nummer 3 kommt hier weiter rüber. Nicht, dass die noch irgendwo reinfahren. Dann die beiden Kolosse. Ihr greift mal das hier. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Gut, dann kommt sie weg. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Wie schicke Trüffel. Das ist auch ein ganz schöner Batzen von Schiffen auf der Karte. Wo sind die Trüffel? Danke für die Trüffel. Kann ich denn irgendwas aufsteigen lassen? Die haben wir noch nicht mal voll hier. Na los. So, noch eins. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Äh, wo? Ausgerechnet auch noch das dicke Schiff, was da angreift. Dann wollen wir doch nochmal hier eins bauen. Ich werde sie ausradieren. Jetzt pack mal auf, mein Freundchen. Ich bin bereit. Fahrzeug fertiggestellt. Gut. Dann sammeln wir das alles wieder ein. Das war Handelsroute 4, wenn ich mich nicht irre. Achtung. Produktionsstillstand. Gut. Das war das falsche Schiff. So. Da kommt wieder was. Ein solches Angebot können Sie gar nicht mehr umsetzen. Kein Kartleiter überhaupt nicht. Sie hat ruiniert mich noch. So, dann wollen wir wieder hier was kaputt machen. Und zwar die beiden Kolosse. Ach, das ist schön, wenn die von dort angreifen. Warte doch auch noch ein bisschen Stück weiter vor. Alarm. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Ach, was versuchst du denn da eigentlich? So. Ah, Öl. Gut. Dann lassen wir Timo weiterlaufen. Da wird es die ganze Zeit Öl vor nothing bekommen. Gut. Vielleicht ein Stück weiter vorfahren. Können die dann von alleine... Okay, die greift von alleine an. Gut, und den da. Dann den da. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ach, das Hauptgebäude greift an. Ah ne, da steht noch einer. Da stehen noch zwei. Keiner ihrer Männer wird lebend zurückkehren. Gut. Uran. Achtung. Produktionsstillstand. Achtung. Explosion auf Ölplattform. Gefahr einer Ölpist. Uiuiuiuiuiui. Da geht's aber los. Einmal das erforschen, bitte. Und das auch einmal. So, wer hat das Uran? Da ist das Uran. Und da ist auch mehr als das Uran. Dann verkaufen wir das schnell. So, einmal hier. Auch mal wieder hier. Verkaufen. Hey, auf dich kann man zählen. Und ich hab's immer noch nicht geschafft, hier das Zeug hochzubringen. Obwohl doch, Glas fehlt nur noch. Handeln. 40 Glas. Gut. Schade, dass man Geschütztürme nicht mit schweren Waffen bauen kann. Da hätte ich nämlich noch genügend. Drei. Geben wir mal vier in Auftrag. Genauso wie davon. Gut. Jetzt machen wir die Fire-Ding noch mal weg. Oh, achso, der ist wieder da vorbeigefahren. Geh kaputt. Gut. Alarm. Öl-Katastrophe schädigt Pistenregion. Aber das stört mich nicht. Weil ich muss ja nur schauen, dass man eine Öl, dass das hier jetzt schneller fertig wird. Wie, wie kann ich... Ja, wenn ich still leg, bringt auch nichts. Gut, dann fahr du mal zurück. Oder nehme am besten noch schnell... Oh, zu spät. So. Mal zurückfahren. Hol doch noch mal den ganzen Mais hier ab. Und die Diamanten. Und bring die da runter. Ich glaube, so langsam geht ihm... Gehen die Schiffe aus. Der hat auch überall so gute Verteidigung. Oh, Plastik. Das nehme ich gern. Ist das da etwa Angst? Schweiß auf ihre Stirn. Aha, ha, 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 schau mal. Wie viele Schiffe hast du und wie viele Schiffe hab ich? Frag dich das mal. Gut. Der baut das da gar nicht auf. Die Geschütztürme. Das Ding kann ja auch schießen, ne? Sie sind ein Ärgernis. Oder ist das hier nur ein Flak-Geschütz? Die oben drauf sind. Das weiß ich nämlich gerade nicht so genau. Wie, man kann das Atomkraftwerk angreifen von hier. Kommst doch mal ran hier. Achtung. Produktionsstillstand. Machen wir mal seine ganzen Sachen hier kaputt. Vielleicht gibt's ja einen schicken Atompilz. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Flugzeuge. Sie haben keine Ahnung von Militär-Taktik. Halt die Klappe. Lieber auf die Kohle. Das kann doch nicht...